Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of Pi. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute geht es um Tipps und Tricks, die wichtigsten meiner Meinung nach Tipps und Tricks für Lies of Pi. Viele Erkenntnisse, die ich über die letzten Tage und Stunden mitgenommen habe. Viele Fragen aus dem Twitch-Stream, die ich jetzt beantworten kann. Deswegen sage ich, legen wir direkt los mit den ersten Tipps. Viele haben mich gefragt hier oben, ey, wie kriege ich das weg? Keine Sorge, das geht automatisch weg, sobald ihr das Tutorial-Gebiet verlasst habt. Das könnt ihr also nicht selber in den Einstellungen wegmachen, das geht von automatisch weg. Als nächstes gibt es überall in der Region, in der Welt solche Händler hier. Den ersten trefft ihr relativ früh vor dem ersten Boss. Und ich würde euch immer raten, kauft euch alles, was ihr werfen könnt bei dem. Dieser Händler hier zum Beispiel hat jeden Tag drei Wurfzellen, die ich mir gerade nicht leisten kann. Die würde ich auf jeden Fall jeden Tag kaufen. Tag bedeutet wirklich Real-Life-Tag. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass der sich so über Spielen geresettet hat. Ich glaube, es ist wirklich Real-Time-Clock. Damit komme ich nämlich direkt zu meinem nächsten Tipp. Gerade für Bosse solltet ihr alles, was ihr werfen könnt, immer aufbewahren. Das heißt, alles, was ihr werfen könnt, niemals einfach so einsetzen, sondern immer für die Bosse aufsparen. Den Fehler habe ich nämlich am Anfang auch gemacht. Ich habe auch mal hier so was hingeworfen, da mal was hingeworfen. Auf gar keinen Fall machen. Das, was ihr werfen könnt, ist Gold wert und wird euch bei den Bossen extrem viel helfen, weil Wurfobjekte komplett Bastet und OP sind. Deswegen ganz wichtig, das ist wirklich der wichtigste Tipp, gerade für die Leute, die Probleme bei Bossen haben, sammelt die Wurfsachen. Gerade dieser Händler hat jeden Tag drei Wurfzellen, die machen richtig gut Schaden. Und was mir bei den Bossen aufgefallen ist, bisher, bis auf einen, gibt es keinen, der so wirklich auf Entfernung geht. Deswegen habt ihr mit Wurfsachen richtig gute Karten. Die könnt ihr immer richtig weit werfen, außer die Kanister. Deswegen Wurfsachen sammeln, farmen, behalten und nur gegen Boss einsetzen. Als nächstes möchte ich ein bisschen was zu den Begrifflichkeiten erklären, weil das hatte, da hatte ich auch am Anfang ein wenig Probleme, um zu verstehen, was diese Begrifflichkeiten hier bedeuten. Ich glaube, das hier ist relativ klar, die Verteidigungswerte. Das kennt man ja aus der normalen Souls Games. Aber was wichtig ist, ist vor allen Dingen die Fabelslots, die Legion und Block Regeneration. Und zwar fangen wir mal mit Legion an. Legion ist relativ einfach erklärt, das ist die linke Waffe. Da seht ihr unten links, das gelbe, das ist eure Legion Ausdauer. Und die könnt ihr auch erhöhen, hier am Stargazer. Entschuldigung, nicht beim Stargazer, sondern natürlich bei Sophia. Und zwar müsst ihr dafür maximale Ladung leveln. Das würde ich euch auch allgemein ans Herz legen, weil ihr seht, immer was grün hinterlegt ist, wird verbessert. Und unter anderem auch Gewicht. Und über die Zeit in Lies of Pi bekommt ihr immer weiter Gegenstände, die zwar immer bessere Attribute haben, aber eure Ausrüstungslast auch erhöhen. Hatte ich schon Spoiler-Warnung gesagt. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen zeigen, die wahrscheinlich erst später kommen. Aber sie sind wichtig, um zu erklären, was ich meine. Und zwar gibt es hier solche Verteidigungsteile. Die werden über die Zeit immer stärker und immer besser, aber auch immer schwerer. Und da seht ihr schon oben die Ausrüstungslast. Da bin ich jetzt gerade bei 54%. Wenn ihr dort über 60% kommt, dann habt ihr eine erhöhte Last. Und die erhöhte Last reduziert zum Beispiel eure I-Frames. Das heißt, die Frames, wo ihr beim Ausweichen invincible seid und nicht getroffen werden könnt. Eure Ausdauer wird langsamer aufgeladen. Ihr lauft langsamer und, und, und. Und deswegen ist es da immer wichtig, unter 60% zu sein. Da wir gerade bei den Waffen sind, auch noch ein paar Begrifflichkeiten hierzu. Wir haben einmal Farbeladung. Das ist pro Angriff, wie sehr ihr oben links die blaue Leiste füllt. Sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde. Dann Pultzellenladung. Wenn die Pultzellen, das, womit ihr euch heilt, leer sind, könnt ihr die wieder aufladen mit Angriffen. Das seht ihr auch da, 9,8. Zum Vergleich, meine Waffe, die ich vorher benutzt habe, die hatte zum Beispiel 15. Und als letztes darüber, kritische Trefferrate. Das finde ich übrigens ein sehr cooles Ding bei Lies of Pi. Jede Waffe kann auch Kritz machen. Das bedeutet, ihr macht, ich glaube, 1,5-fachen Schaden. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr auf einmal einen Gegner one-hittet, anstatt dass ihr zwei angebraucht. Dann gibt es hier noch etwas, das nennt sich Schadensreduzierung. Denn bei Lies of Pi kann man tatsächlich blocken. Das würde ich auch für alle, ja, ich sag mal, Casual Gamer empfehlen. Weil blocken ist so ein bisschen wie bei Bloodborne. Wenn ihr blockt, könnt ihr Leben, was ihr verliert, wieder zurückholen. Ich zeige euch das gerade mal an einem Beispiel. Wir haben hier einen Gegner. Und wenn ich jetzt keinen Block mache und der mich angreift, schaut oben links, dann geht die Leiste einfach weg. Aber wenn ich jetzt blocke, dann seht ihr, das ist so ein bisschen hell hinterlegt. Und das bleibt auch eine Zeit lang. Und dann geht es runter. Seht ihr das? Aber in der Zeit, wo ich das habe, kann ich den Gegner angreifen und mir so Leben zurückholen. Deswegen ganz wichtig, blocken eine gute Mechanic hier in dem Spiel. Ihr müsst nicht unbedingt der Ausweichprofi sein. Auch wenn ihr eine extrem hohe Last habt, ist Blocken eine sehr gute Alternative. Vor allen Dingen, wenn es so Waffen gibt, wie die, die ich lange benutzt habe. Hier diese Rohrzange. Die hat nämlich eine Schadensreduzierung von fast 75%. Das heißt, nur 25% des eingekommenden Schadens wird tatsächlich abgezogen. Und den könnt ihr euch dann auch wiederholen. Gerade zu Beginn würde ich euch raten, ganz doll aufzupassen, was ihr levelt. Und zwar ist es hier ein wenig abgespeckt als der normalen Souls-Teil. Es gibt also keine Mana für Magie. Es gibt keine Zauberei, keine Magie. Es gibt nur im Prinzip Stärke, Geschicklichkeit und noch einen dritten Faktor. Also es gibt keine Weisheit. Ihr wisst, was ich meine. Diese Attribute, die euren Angriff verstärken. Es gibt hier Entschlossenheit, Technik und Fortschritt. Also nur drei Attribute und mehr nicht. Und da würde ich euch raten, gerade zu Beginn, so nach dem bis zum zweiten Boss ungefähr, dort keine Level reinzupacken, weil ihr noch nicht wisst, welche Waffe ihr spielen wollt. Deswegen ganz wichtig, am Anfang auf Vitalität, Stärke und maximale Ladung zu gehen und kein Level in diese drei Dinger hier reinzupacken, weil es sein kann, dass ihr dann verschenkte Level habt. Und warum sage ich das? Weil jede Waffe ein bestimmtes Attribut hat, worauf sie geht. Manchmal auch ein oder zwei oder sogar drei. Macht ja auch Sinn. Und zum Beispiel die Rohrzange, die ich lange benutzt habe, die geht zum Beispiel auf Technik A. Wobei ganz wichtig ist, nicht die Klinge, sondern der Griff entscheidet darüber, welche Skalierung auf der Waffe ist. Zum Beispiel bei meiner Rohrzange, die ich benutzt habe, war es... Wo haben wir den? Ah ja, der ist hier gerade reingebaut. Der Griff einer Booster-Gläwe und den habe ich dann nochmal verbessert mit einer Kurbel, die Technik von B auf A gebracht hat. Dann bin ich komplett auf Technik gegangen und hatte so eine sehr gute Waffe für auf Technik. Wenn die aber jetzt zum Beispiel sagt, ey, das Angriffsmuster gefällt mir nicht, weil der Griff entscheidet über das Angriffsmuster, sondern ich will hier zum Beispiel den Griff einer großen Rohrzange haben, der geht mehr auf Entschlossenheit. Wobei ich sagen würde, Entschlossenheit ist so ein bisschen Stärke, Technik ist Geschicklichkeit und Fortschritt ist so nochmal ein anderer Attribut. Und will da eine Kurbel drauf machen, dass Entschlossenheit auf A geht, dann würde ich dann nicht auf Technik skillen, sondern auf Entschlossenheit. Und so würde ich mich versuchen, so ungefähr nach dem ersten Boss auf ein Attribut festzulegen und das dann zu leveln und auch nur darauf die Griffe zu benutzen. Später gibt es natürlich auch noch Bosswaffen, die verschiedene Attribute haben. Dazu will ich aber jetzt nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall die Boss-Ergo-Seelen nicht verwenden. Die könnt ihr später eintauschen gegen richtig starke Bosswaffen, wie zum Beispiel die Waffe, die ich hier gerade benutze, den Dreizack, der wie ihr seht, auf Technik geht. Dasselbe gilt übrigens für euren linken Arm. Den linken Arm könnt ihr ja hier modifizieren. Und dort gibt es ja ganz viele verschiedene Arme. und die haben auch alle verschiedene Attribute, auf die sie gehen. Zum Beispiel den, den ich hier habe, der ist Flambeersch, der so Feuer spuckt. Der geht zum Beispiel auf A mit Fortschritt. Hier habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht. Ich benutze ihn aktuell, weil ich den Flambeerfer cool finde. Aber er passt eigentlich nicht zu meiner Skalierung mit Technik. Nach kurzer Zeit schaltet ihr Geppetto frei. Ich denke, das ist kein Spoiler, weil das kriegt man schon relativ früh im Spiel. Und dann habt ihr hier diesen Stuhl. Und hier auf dem Stuhl könnt ihr Quarz benutzen, um eure Organe zu aktivieren. Und hier auch wieder etwas, wo ich selber einen Fehler gemacht habe, weil es nicht erklärt wird leider. Ich habe sogar gerade einen Quarz. Und zwar gibt es verschiedene Phasen und jede Phase wird nacheinander freigeschaltet. Und soweit wie ich das jetzt sehe, muss man pro Phase immer zwei Stück freischalten. Da seht ihr hier diese kleinen Punkte. Und dann wird die nächste Phase freigeschaltet. Es reicht also nicht, ein Quarz in ein Ding zu packen. Ihr müsst immer zwei Quarze in ein Teil packen, um so einen blauen hier. Mann, kann ich das ein bisschen besser... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst also immer... Es muss so blau umkringelt sein, komplett. Also ihr müsst immer beide Attribute haben. Und nicht so wie ich hier nur eins. Wir können jetzt direkt zusammen testen, weil ich hier diesen Fehler gemacht habe. Wenn ich jetzt hier den leeren Slot nutze... Ich benutze das Quarz jetzt. Okay, sehr gut. Also das, was ich testen wollte, ist, ob ihr in der ersten Phase, ob das übergreifend ist. Es ist ein bisschen schwer zu zeigen, aber ihr habt gerade gesehen, Phase 3 war nicht aktiviert. Und weil ich hier unten den dritten genommen habe, was doof ist, ich hoffe, dass man das später resetten kann, wurde hier der vierte freigeschaltet. Und ich komme jetzt in die nächste Phase rein und kann dort weitermachen. Aber ganz wichtig für euch zur Info, man braucht immer zwei Quarz, um erstens den Bonus oben links zu bekommen. Ihr seht das, Pulszellen erhöhen. Und um diesen Punkt zu bekommen, um in die nächste Phase zu kommen. Ich hoffe, das war verständlich. Ich habe das leider auch erst relativ spät begriffen, weil es leider nicht erklärt wird oder ich habe es nicht richtig gesehen. Ich hoffe, ich habe damit die wichtigsten Dinge abgefrühstückt. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Es gibt natürlich noch ein paar Tipps und Tricks für die Platin. Die würde ich aber nochmal in ein extra Video packen. Wenn ihr auf die Platin gehen wollt, da gibt es für mich auch ein paar Sachen, die wichtig sind und die man vor allen Dingen früh im Spiel nicht verpassen darf. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Ich würde bestimmt noch das ein oder andere Video zur Live-Sauf-Pile geben. Wie gesagt, die Platin steht vor der Tür. Sobald ich die Platin habe, werde ich dazu ein Video machen, worauf man aufpassen muss und wie man die bekommt und was die wichtigsten Tipps und Tricks dafür sind. Lasst mal gerne eure Meinung zur Live-Sauf-Pile unten in den Kommentaren. Seid ihr genauso beeindruckt wie ich von dem Spiel? Es ist wirklich ein richtig, richtig geiler Geheimtipp. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Sag bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ich würde mich jetzt mit einem Timex-Pile Ich würde mich gerne anilen aos